Jetzt zum letzten Lauf der hoher Saison Alp-Hedgler-Klasse und es geht auch hier um den Staatsmeister-Titel. Also wenn der Toyota richtig geht, dann ist er kaum zu erwischen. Warte, bitte, meine Hand hier gewinnt. Danke. Ah, wird knapp. Die 185 hat noch alle Chancen. Ja, wird knapp. Momentan noch mit 131, 180. Aber, ich wollte mich auch noch bei einem zweiten Fluss näher. Das ist momentan ausgeschaut. Mit der 157 Metern mal hart. Ja, ich weiß, denn diese ganze Wange ist unaufgeregt. Und das Ergebnis hier, so bleibt wir es momentan nicht. Also das heißt, dass die 168 Metern bleibt und die 185 Metern. Und die 185 Metern. Nein, doch nicht doch gar nicht. Leute, meine Hand hier stehen, meine Hand hier. Take das einstellen. Ich freue mich. Ich freue mich hier. Und die 206 Metern. Wir haben die 308 Metern in die 207 Metern. In der 208 Metern. Das ist ein Doppelkammandels, aber momentan ist er auf Platz 2, Gesamtschüler ist für ihn der Neue, der Ritter ist der Gesamtschüler. So, es schaut jetzt von Ritter nicht so glänzt aus, der Hand fliegt aber nicht. Er feiert übrigens 20-jährige Zügel hier, 20 Jahre, 6-Jährige, 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 der Hans Wittermeier mit der 157. Alle Klassen schon gewonnen, von der Einsteiger-Klasse, mit der Hinterklasse, außer der Damen-Klasse, oder wo ist es? Wir sehen schon, wir sehen schon in der vorletzten Augen, wir sehen schon in der vorletzte Augen, also, wir schauen uns an, wo sind die anderen? 157 von 145 und 185, jawohl. Das ist sehr viel, was passiert noch. Und jetzt fahren wir vor einem 390-Round. Letzte Runde, oder? Letzte Runde, ja. Oh, letzte Runde für Hans. Letzte Runde für Hans. Letzte Runde für Stiftung für Rechte Almbucher. Letzte Runde für Wiesner. Und Ritterbeuer Hans kommt hier herein. Und wo sind die Fans vom MSZ-Welt? Ja, in den Startweiler, in dieser Klasse. Und mit dem Titel verteidigen. 46. Der Ritter in die Gesamtrechterung. Der Vizestaatsmeister kommt hier herein. Mit der Runde von Vodachs-Sichter. Und der Rhein-Gemeinschaft in Wiesner. Und die Rheinungstacht zieht. Wir müssen da reinen mit gerank. Und auch noch geräum.